So, wir haben jetzt einen neuen Boot zusammengebaut. Und zwar haben wir das Oberteil von einem alten 12er mit dem neuen Unterteil kombiniert. Und ja, wollen wir den jetzt mal testen. Erstmal zur Dokumentation. Der Akku, der jetzt hier angeschlossen ist, hat 12,84 2. So, der läuft jetzt stabil, aber hat irgendwie eine leichte Umhoch. Das liegt dann am Rotor. Ja, wie wir zusammengebaut haben. Ja, und dann merkt man das schon. Ich habe schon hier auf 6 Volt runtergedreht, aber sind wir noch 0,62 Ampere. Ja, trotzdem. Der, ich sage jetzt mal, Ventilator, der unter dem Rotor ist, also die untere Hälfte des Rotors kühlt das Levitationssystem. Und damit läuft er stabil. Das ist erstmal die Hauptsache. Wir werden jetzt noch einen neuen Rotor konstruieren und schauen mal, wie es dann läuft. Dann, ich sage jetzt mal, keine Umwucht mehr hat. So, hier sieht es jetzt ein bisschen chaotisch aus. Macht nichts. Jetzt eins von den vielen Testläufen mit dem neu entwickelten 12-Magneten-Motor. Wie gesagt, die Magneten sind immer Multipol. Das heißt, für Leute, die nicht wissen, dass Multipol ist, einmal Süd, einmal Nord, einmal Süd, einmal Nord. Also immer dreht nach außen, beziehungsweise an, wie man es nennt. Und ja, läuft stabil bei momentan 6,9 Volt, 0,92 Ampere für die Levitationsplattform. Ansonsten haben wir hier jetzt die Akkus getrennt. Der schwarze ist der Primär-Akku und der blaue ist der Lade-Akku. Der Lade-Akku steht gerade bei 12,67,5 und der Primär bei 12,52. Es war schon relativ lange, dass er bei 12,52 steht. Ja, und der hat jetzt eine unglaubliche Drehzahl drauf. Von, habe ich zuletzt gemessen, 11.200. Mal schauen. 12.241. Das habe ich mit diesem Messgerät gemessen. Ich könnte nochmal versuchen, jetzt mit einer Hand, ob das jetzt so gut geht, weiß ich nicht. Das habe ich mit diesem Messgerät gemessen. So, da haben wir jetzt 5.664 bei 30 Sekunden, kann jeder ausrechnen, was das bei einer Minute, also RPM, sind. Ja, da sind wir noch immer bei diesen 11.000 und, also sehr flott unterwegs. Ja, tut sich was. Ja, ich habe gerade hier eine Minute durchgemessen, 14.357 Umdrehungen pro Minute hat er gerade. Ja, ich denke mal, die Platte habe ich jetzt auch zur Sicherheit drauf getan, weil jetzt hat er wirklich Umdrehungen drauf. Das ist schon hammerhart. Ladeakku liegt jetzt gerade bei 12.68 und ja, der Prima-Akku hat gerade mal 1.10 Volt verloren, äh, 1.100 Volt verloren. War vorhin bei 12.52, jetzt war er bei 12.51. Also, ja, das ist schon erstaunlich. Es scheint weiter zu beschleunigen. Ich habe jetzt auch nichts hier am Potty gemacht, am elektronischen Potty und ja, die Transistoren und MOSFETs sind alle soweit normale Temperatur, also nichts heiß geworden. Also, ja, das läuft. Es läuft offensichtlich so, wie es sein soll. Ein EMDR halt. So, wie ich noch nicht weiterle anschaut. So, wie ist das? 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 Vielen Dank.